Hier geht's um fette Pignonse, oder? Pignonse! Alter, ich bin on fire! Okay, es geht um viel Geld. Wer sind die? What the fuck? Ich seh keinen. Voll die Jiggle, Alter! Er duckt sich einfach. Joa! Ja, weg ist alles klar. Alles klar, ich versteh schon. Mhm, gut, ja. Ist in Ordnung. So kann ich's natürlich auch. Nice, nice, nice. Hier geht's um fette Pignonse, oder? Pignonse! Alter, ich bin on fire! Oh mein Gott. Pignonse! Pignonse! Das macht mich grad, ah fuck, richtig fertig. Diesen Schritt werd ich jetzt kreuen. Alter! Pignonse! Jetzt haben die fette Pignonse, aber ich helft. So, Pignonse da! Ja komm, lassen wir ihnen jetzt keine Runde mehr ab jetzt. Ich will das hier richtig leiden. Boah! 40 hat einer gefessen. Ein Hedger durch die Wand oder so. Alter! Mach ich dir easy. Was?! Alter, das gibt keine Pignonse für dich, mein Zaun! Pignonse! 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 Kadar, Kadar, Satan! Ah, jetzt fängt er an mit so einer erfundenen Sprache, weil er sauer ist, weißt? Lass ihm jetzt den Kopf. Ich renne rüber. Bin gleich bei denen. Versteck dich kurz, versteck dich kurz. Ah, fuck. Was ist das? Nein, du Berle und bin irgendwie gemein zu den Leuten. Oh, fuck! Alles klar, ich hab kurz mit absichtlich aufgepasst. Berle, ich weiß nicht, ob du die Pignonse ernst genug nimmst. Oh, schütz dich! Nein! Nicht mehr! Fuck! Rechts und links. What?! Shoot you! Okay, was ist mit ihm los? What the fuck? Ich bin dum, ich bin dum. Ich schieße jedes Mal einen Millimeter neben seinem Kopf vorbei. Okay, nice. Mit Absicht bestimmt! Grief, man! Uuuuh! Alter, ver... Ähm, scheiße, oder was? Ich hab sie nur dabei, der extra übrig gelassen, Mann! Sorry, ich hab's nicht gerafft, dass er die übrig lässt. Was? Ich bin dum, er kommt links gepusht! Ich hab halt das Magazin auf den drauf gehalten. Wie ist der nicht gestorben? Ah! Ah! Das gibt keine Pignonse für dich! Right side, kommt einer. Ich geh jetzt rüber zu dem. Doch mit! Ah! 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 Oh mein Gott, wie lächerlich ist das, bitteschön! Ah! Wir können ja viel überspielen. Das ist nichts anderes, wie gegen Lutscher zu spielen, die Kinder klauen, Alter! Jetzt meint das ernst, der Kollege! Jetzt meint das ernst! Ah, ja, klar! Im Ernst, Gustav Gandersson? Da komm, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Fuuuck! Jetzt ist er tot! Jetzt ist er tot! Left side ist er noch! Ist weg, Alter! Ich hab'n für dich erledigt! Der Recht ist für dich! Okay! Brrr! Wo ist's? Nice shot! Ich antworte mit... Haha! Du hast so gelacht, dass ich ihn aufgefasst hab! Ich bin einfach reingerannt! War's schon wieder? Das gibt's doch nicht diese easy shots! Warum verkacke ich dich jedes Mal? Ach du, was ist denn los, eigentlich? Hast du grad einen Liedergang? Einen skilligen Liedergang? Wirst du gerade lila? Ich bin bei ihm, ich bin bei ihm! Trinken geklappt! Was?! 87, 87! Wahnsinn! Der hat echt überhaupt nicht auf deine Schüssel reagiert, der Pisser! Er wusste halt, dass ich komme! Wahrscheinlich hat er mich gehört! Waaah, ich kann mich! Oh mein Gott! We are your mic! Wir haben euer Mikrofon gefragt! Ich bin low übrigens! Ach, das ist doch lächerlich! 87 schwer, dieser dreckige... Du schaffst diese Shots auch nicht! Wenn er sie angesnickt oder wenn man selbst ansnickt! Achtung! 7 und 8... Ja, aber ich war auch low! Ich hab nur noch 12 oder 22 gehabt! Wenn er wusste, dass ich komme und er mich gesehen hat! Oh, jetzt pass mal auf! Jetzt kommt der Ultra-Kill! Boom! Oh, das war voll drauf! Der stirbt nicht! Ha! Okay, ich nehm doch wieder die Haka! Sonst hat man zu lustig! Ich glaub, du musst... Du musst raunen kaputt machen! Du musst richtig raun pushert! Denne da! Ne! Ne! Ich hab mit dir überlassen und du hast den geknackt! Ne! Ah! Hier ist ja einer! Ich geh raun! Ich geh raun! Denn ich liebe es ranzugehen! Bitte! Ah, ich hab dir leuchtet! Herz! Sicherlich, alter! Ach, ich bin schon! Oh! Wie bitte? Das hat er jetzt nicht wirklich gemacht! Das sind Glurchen, ne? Jetzt verstecken sie sich! Die Kack-Säcke! Sie schleichen rum! Wer schleicht denn bitte schön! Ich bin bei ihm! Boah! Er hat mir ein Insta gegeben! Das muss der echte sein! Ach komm! Diese Piss-Pantoffel! Wer geht denn dann wieder runter wie so ein Bock? Und nun scheiß dich nicht ein! So, jetzt... Ich hab' einen Headshot! Nein! Ich bin jetzt... Fuck, tot! Der ist hinter dir! Der eine ist bei dir! Ich hab' irgendwie nach rechts pusht! Oder so! Komm, wir rushen beide! Jetzt einfach durch die Mitte! Okay, los geht's! Also ich geh' über rechts! Aber okay! Die schaffst du wieder nicht! Das Dauerfeuer! 10 AP! 10 AP! Nein! Chichi! 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 Chichi!